Oh, da kommt jemand. Da ist jemand gestorben. Die rennen jetzt gerade zu 7. Ja, ich habe ihn auch gesehen. Leute, jetzt schnell seid ihr am Shot. Weg, bin hinter euch. Fuck, hat mich erwischt. Er hat mich auch erwischt. Das kann nicht wahr sein und er rennt weg zum Shot. Dauser, du stehst hier immer noch bei mir. Das mag so aussehen, das ist es aber nicht. Das hat mich schwer getroffen, aber ich lebe noch. Mein Spiel ist ab. Oh nein, echt? Jetzt stehe ich hier wieder alleine? Welcome back to the Flight Deck. Herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir haben uns heute zum Ziel gesetzt, eine Station auszuputzen. Und zwar haben wir eine ganze Menge Leute dabei. Stellt euch doch mal ganz kurz vor. Juhu, hier ist der Sawyer, ich bin der Cutlass-Pilot. Yesa. Und hinten. Das machst du auch ganz anständig. Und wir haben hinter uns. Ach genau. Da ist nämlich ein Formationsflug. Und zwar an meiner Steuerboardseite ist der Weasen. Ja, hallo. Ich leite die Eskorte hier gerade. Ja. Und Baltec gibt mir hier Flügelschutz. Genau. Und ich habe jetzt schon Schiss. Ich bin auf der Bug-Bot-Seite. Und werde euch natürlich tagreich unterstützen. Genau. So machen wir das. Ja, Dozer. Dein erster offizieller Einsatz als Marine. Ja, das wird gut gehen. Das sehe ich jetzt schon. Haha. Ja, und es haben sich ein paar Leute von uns nämlich auf der Station verschanzt. Und äh, also der Korea Security Outpost. Und jetzt werden wir mal gucken, ob wir die da raus geekelt kriegen. Ich bin gespannt. Das klingt so nett. Und so freiwillig. Nein, das sind doch alles Freunde. Sind ja alles Jungs aus dem Chor. Ne? Und deswegen werden wir sie einfach ganz freundlich und friedlich euthanasieren. Quasi. Freiwillig. Freiwillig. Gott, das ist so falsch politisch. Ich sage dazu gar nichts mehr. Aber unsere Information funktioniert gerade ganz gut, ne? Ja, geradeaus ist gar nicht so schlecht. Wenn wir jetzt Kurven verliegen, sieht es wieder anders aus. So, was machen wir jetzt? Jetzt aufteilen? Äh, aufteilen ist blöd. Weißt du, wie es so in so einem Film abgeht? Ich würde sagen, wir geben dir die zweite Ebene hoch. Ja, hätte ich auch gesagt, oder? Was am besten hier unten. Oder, äh, fast gar nicht mehr tun aus dem Fenster. Aus dem Fenster man auch schon. Wo sie jetzt landen, ne? Guck, das wäre hier, oder? Ne, da oben wäre. Deck 2 wäre das. Ja, lass mal auf Deck 2 gehen. Jo. Äh, Leute. Ich schlage jetzt mal einen Plan vor, dass wir es so machen. Ich bleibe oben noch, ja? Ihr landet als erstes, bevor ich aufsetze, ja? Ja, also auch, äh, Baltec, kannst, du kannst, auch du kannst landen schon. Ja, verstanden. Dann gibst du uns einfach schon mal halt Deckung. Und sobald sich da irgendwas bewegt, oben, also wir gehen durch die aufgebrochene Luke rein oben, oder? Ne, die ist ja hier nicht. Das ist ja hier der Security-Auspost. Die ist nicht vorne leider. Wir müssen hier einen Druckshot. Druckshot leider. Ah, wundervoll. Wir müssen uns nur auf eins einigen. Ich würde jetzt mal die, ähm, Mondseitigen, ähm, nehmen. Ja. Ja. Ich hab' auch einen gehört. Ja, aber hier feindliche Schiffe stehen. Wo stehen wir? Ja, ich geh' auf Precision. Ich auch. Ich bleibe noch auf Comet-Mode. Und scan die Umgebung, ja? Ja, macht er sich selig. So. Aber, tun sie das? Sieht so aus, ne? Ich mach' hier gerade ne Runde, ja. Ich glaub' die landen komplett auf der anderen Seite. So, wie sich das anhört. Ne, ne, die machen hier gerade ne Runde. Und da ist ne Gladius. Und ne Freelancer. Oder? Ne, ne Katzler. Ja. Oh ja. Das ist bestimmt Sache, oder? Wir können auch mies sein und einfach gehen hinterher. Oh, da ist aber der Gladius, der auf uns zieht. Das find' ich nicht so cool. Gehen die uns? Ich glaub' nicht, oder? Ja, ich glaub' die Gladius hat es grad angestarrt. So hab's das Gefühl gehört. Ja, wir könnten jetzt einfach runternehmen. Und dafür sorgen, dass sie nicht flüchten können. Sprich, wir schießen einfach die Digger zu klump. Oh, 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 oh. Was macht ihr denn da? Das ist aber ganz schön dicht hier. Also, die 4 ist frei, seh' ich. Ich gucke gerade mal. Ja. Du stößt gleich mit uns zusammen. Wir sind halt wirklich nur ganz knapp über dir. Ja. Ja, bisschen besser. So ist besser, jetzt bist du frei. So. Ähm. Also, die 4 ist frei und wir nehmen die 3. Genau, wir nehmen die 3. Die drücken sich da hinten in dem Alter. Die sind in der 3. Ich seh' sie von hier aus. Ich kann sie sehen. Ich kann sie sehen. Soll ich sie unter Beschuss nehmen? Ja. Die nehmen sie unter Beschuss. Ich hab sie direkt. Hahaha. Oh, 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 oh. Nein, er hat mich. Er hat mich. Ja. Von wegen, er sieht uns nicht. Aber ich hab ja nur Wiesbaden, hat's geheißen. Hahaha. Ich geh' zum Landen rüber. Okay. Okay. Jetzt auch mal Precision-Mode. Da haben sie doch sich tatsächlich da vor der Druckscheuse rumgedrückt. Die können aber eigentlich nicht weit gekommen sein. Aber aufgerissen. Da war schlecht, dass sie jetzt schon wissen, von welcher Seite wir kommen, ne? Ja, gut, okay. Aber ich aktiviere den Landing-Mode. Ich bin jetzt über der Vanguard, über der Feindlichen. Und wir setzen zur Landung an, Dorsa. Ja. Ich komme über... Großartig. Wunder mit dir. Ich seh' bisher nichts weiter. Scheint halt alles friedlich. Ich schau' grad mal die Lobby rein, die Feindliche hier. Jetzt ist hier gerade halt auf der 2, äh, ne... Ne Gladius despawns. Wir lassen uns. Ja, ich seh' euch. Wir sind gelandet. Dorsa, du kannst raus. Alles klar, ich steck' aus. Ich bin auf eurer Rückseite vom Schiff. Okay, ich lande mal hier unten bei der Gladius. Ja, hallo mit drauf. Der Witz ist natürlich, dass die jetzt alle schon bewaffnet sind. Bewaffnet sind? Und wir nicht. Und sicherlich auch wissen, wo wir gelandet sind. Oh, ich hab' leider was gerammt. Entschuldigung. Ja, wie gesagt, ich schätze, einen hab' ich erwischt. Weil hier ist nämlich gerade eben ne Gladius despawned. So, was ist das? Ich spinne zu deiner Linken, Dose. Wunderbar. So, dann schau' ich mal, dass ich hier irgendwie den... Ich muss jetzt gerade bei der Gladius da sein. Den Eingang kläre. Ja. Ich brauch' ein bisschen Hilfe. Treppe ist frei. Ja. Ich bin auf deiner Rechten jetzt. Okay. Ist ja egal, ich brauch' ja keine... Ich mach' mal, ich mach' mal die Rearguard. Ich geh' mal nach hinten. Falls hier einer irgendeiner irgendeiner beurteilt. Ja, ich folge dir. Gut, okay. Gang biegt nach links ab. Ich steig' einfach aus, dass das Schiff schiefstehen hier. Da hab' ich ein bisschen Deckung zum Widergang. Ist frei. Biegt nochmal nach links. Druckschleuse. Jetzt hinter der... Ja, dann, äh... Welches Landingpad bist denn, du? Wiesen. Sie sind auf jeden Falle angeflogen. Sie sind geflohen. Ich hab' sie nicht erwischt. Oder zumindest einer hat überlebt. Weil die Druckschleuse, äh, wurde nach innen gecycelt. Ich komm' jetzt einfach hinten. Ich bin jetzt nicht schön gelandet, aber ist mir egal. Ich hab' einfach die Schnauze da oben gerichtet. So hatte ich ein bisschen Deckung. Ich komm' jetzt hinter der Gladius rein. Okay, bin drin. Ja. Gut, alles klar. Ähm... Erste Priorität ist erstmal Waffen finden. Ich cycle die Schleuse. So, und jetzt können wir uns gleich halt irgendwie... Drückt euch mal irgendwie, äh, in den toten Winkel oder so. Jetzt geht's nämlich wahrscheinlich gleich los. Da ist einer. Ja. Vorsicht, Faltec. Ist down, ist down. Danke. Sehr schön. Okay. Ich geh jetzt, äh, ich geh jetzt zur 3, ne? Ich komm' von der 3 rein. Ihr seid in den Niedergang reingelaufen, oder? Ja. Ähm. Warte ist die spawned. Dann deckt mal, dann deckt mal die Seite, weil wir sind auch von der 3 reingegangen. Das heißt, ähm... Komm' mal nach, okay. Ich mach' das Airlock auf. Ich mach' das Airlock auf. Ja, wir cycled hier gerade. Wir drehen nicht mehr, aber auf dem Kattelbleib. Ja, ich auch. Die Treppe nach unten sucht. Links runter im Blick. Du cycledst jetzt gerade, ne? Ja. Ja. Ich bin jetzt gleich da. Nicht schießen, bitte. Ich bin da. Jungs, wir müssen uns Waffen sichern jetzt vor allem, ne? Ja, ist richtig. Aber pass bitte auf, dass du hier keinen erschießt. Ich seh nämlich schon gar nicht mehr so gesund aus. Ich stehe, äh... Mein Kopf ist schon rot. Ja, hier ist kein... Drückt mal H. Ihr habt alles standardmäßig einen Medi-Cat jetzt dabei. Es ist im neuen Patch. Oh, ja. Nice. Jetzt geht's mir wieder besser. Okay, dann rücken wir jetzt mal langsam vor. Okay. Ich stecke mal nach hinten. Ich stecke nach hinten. Ich geh... Ich nehm die Treppe. Okay, ich decke deinen Rücken. Mhm. Treppe ist sicher. Ich sehe nichts. Ich decke nach hinten ab. Okay, gut. Dann folge ich Sawyer. Ich geh langsam die Treppe runter. Ja, ich bin direkt hinter dir. Wiesn, wo bist du? Zu deiner Rechten. Zu deiner Rechten. Ich hab grad was reingepfiffen aus Versehen. Okay, sind alle vorbei? Okay. Hinten links ist durch. Ja. Hinten links ist frei. Ja, ich guck mal hinten. Okay. Links haben wir eine Tür. Wir müssen runter gehen. Unten sind die Waffen. Ja, Jungs. Ja, wir müssen die nächste Treppe nehmen. Ja, wir müssen die nächste Treppe nehmen. Zeuer, ich bin hinter dir. Mhm. Gehst Zeuer, äh... Zeuer, geh weiter. Ja, ich geh weiter. Ja, ich geh weiter. Ich geh hinter dir. Äh, Wiesn, deck mal nach rechts bitte. Nach rechts decke ich. Hinter uns müsste genau die Waffen sein. Hinter uns genau, ja. Nicht in die Lobby reingehen. Ne, ne, ich geh nicht rein. Ich geh nach links, ja. Ja. Okay, Decke. Nach vorne ab. Nichts zu sehen. Check, nichts zu sehen. Alles sauber. So, jetzt bekommen wir hier langsam wieder Besuch. Okay, ich hab mir jetzt hier die Deckung aufgebaut. Ihr könnt euch Waffen schnappen. Okay. Äh, okay. Dann, Baltec, wir sichern mal die Richtung weiter. Ja, ja. Alles klar. Ich, er sichern... Okay, Schnellfeuergewehr. Check. Jede Menge Mund. Ja. Ja. Scheiße. Oh, das war jetzt irgendwie draußen. Oh, das war wahrscheinlich mein Schiff? Ja. Ich vermute, die nehmen uns jetzt erstmal schön die Schiffe weg, damit wir uns nicht verdrücken können. Waffen aufnehmen können, ja. Ja, ich würde gerne Waffen aufnehmen. Achso, jetzt ist auch keine mehr. Ich denk nach hinten weg. Keine mehr da? Okay, gut. Dann hab ich keine. Ich hab auch keine. Äh, die, die kommen aber eigentlich wieder. Die spawnen wieder. Okay. Okay. So, ich hab einen B-Ring. Ich hab einen B-Ring. Wenn wir da, wenn wir Richtung, äh, in die Richtung gehen, wo jetzt gerade... Sekunde, wer ist denn das hier? Ähm. Jetzt seh ich keinen angezeigt mehr gerade. Ich steh hier bei Richtung... Äh, Baltec, wenn deine Richtung geht, da gibt's noch mehr Waffen. Ja. Okay, verstanden. Aber es sollte jemand mit der Maschinenpistole vorlaufen. Ja, ich geh vor. Ich geh vor. Naja, die Druckschleuse ist zu, auf jeden Fall. Ja. Ich geh vor. Bunny Lights lassen wir aus, ne? Ja. Einfach wegen der Tarnung. Okay, Raum ist sicher. Real ist klar. Ich glaube, dass da in dem Raum rechts, wo das Millicat auch blinkt, ja. Ich glaub, dass da auch nochmal Waffen drin sind. Ja, gut, ja. Nur mal die Führung. Die Schleuse ist auf jeden Fall auf, da. In der Lobby. Na ja, es sollte jemand vorgehen mit Maschinenpistole. Ja, ich geh vor. Ich geh nach rechts und decke die Schleuse rechts. Wenn ihr nämlich links von mir dann in den Raum reingeht, da sollten Waffen drin sein. Hier gibt's auch nochmal Medikit, ja. Kann man auch mitnehmen. Okay, aber die ist zu, die Tür. H1. Die Tür ist zu, die geht nicht auf mehr. Da ist einer. Ich hab ihn. Wer war das? Keine Ahnung. Nein. Äh. Äh. Ein nicht infizierbar war. Schüsse, Schüsse, Schüsse. Schüsse, Schüsse. Schüsse, Schüsse. Richtung Deck 1 hab ich's gehört. Okay. Also hierhin. Ey, die B-Rings sind wieder respawned. Die sind hier. Beziehungsweise es war keine von den... Das sind noch zwei. Kontakt! 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 Wechsel! Ich bin down. Wen hat's erwischt? Ich bin raus. Ey, f*** deine Bruder. Ich krieg die... Ich krieg Plug. Ich krieg dich Plug. Vorsicht. Okay, ich bin gefuhr. Ich hummel schnell ne Waffe, Jungs, ja. Ja. Was? Ich war hinter einer Säule und die hat er mich erschossen. Bleibt in Deckung, bleibt in Deckung bis ich da bin, bitte. Ja. Check. Ich würde versuchen ihn zu umgehen. Ja. Ja, ich sehe das Mündungsfeuer da hinten. Sehen. Nehmen ihn unter Feuer. Keine Ahnung, ob ich ihn erwischt habe. Nein, offenbar nicht. Das war ja Hauptsache du sicherst halt die Lobby ab, ne? Ja, ja. Ich gucke gerade in die Liga. Der kommt! Oh, scheiße. Er hat mich erwischt. Hä? Aber ich war noch in Deckung. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Der Bein habe ich. Ich habe die Lobby noch am Blick. Meine linke Seite ist umgedeckt, ja? Da kommt! Er kommt links! Ich brauche Hilfe, Feuerunterstütze brauche ich. Ja, ist erledigt. Sehr gut. Fuck! Ah, muss nachladen. Das sind noch zwei. Ich muss mich heilen. Ja. Check. Zwei, wir sollten unsere Position verlagern. Ja, wir sollten auf jeden Fall verlegen. Die wissen, wo wir sind. Nicht durch die Lobby gehen, auf keinen Fall. Lass uns zurückziehen und nach hinten rumlaufen. Und die Dichtung weiter. Ich habe mir nur gerade das Medikit geholt. Ich sehe einen. Ne, ist ein Schatten, Entschuldigung. Ich war nämlich verwundet. Willst du da haben? Vorsicht, doch. Doch, da ist am Ende. Am Ende war einer. Ich nehme eine Super Hornets. Okay. Okay, A5. Er hat mich. Verdammt. Er hat mich. Feuer. Ich habe ihn schwer verwundet. Ich bin jetzt alleine hierher. Ich bin erschossen, ja. Okay. Mein Gott. Das klappt aber gar nicht so gut, wie ich dachte. Ne, nicht so richtig. Okay, wir haben noch ein Leben, ne? Bis auf Feuer. Ja. Feuer. Sidingen ist immer einfacher. Geh zurück und zieh dich in die oberen Decks. Ja, check. Wenn einer Super Hornet. Ja, genau. Das ist meine hier. Direkt von links. Ich lade nach. Ich bin halt leider im FPS-Schießen total schlecht, ja. Aber ist ja egal. Die Zahl der Läufe zählt. Ey, sag mal Seven Freak? Es steht mal hier. Es ist gleich gegenüber der Lobby, ne? Oh oh. Was geht's? Oh. Ah ne, okay. Es geht weiter. Sehr gut. Hä? Ne, was? So. Oh, witz. Ne, warte mal. Ich glaub, Balteck ist besser, wenn du. Ich werde beschossen. Moment. Warte mal. Ich steig wieder aus. Bin auf dem Weg zum Schiff. Einen hab ich. Ich hab's fliegt, ja. Ich hab's fliegt, ja. Alleine. Okay. Ja. Oh Gott, hier. Oh Gott, das war ein Scheinwerfer. Ich hab einen riesen Schreck gekriegt gerade. Gut, dann gehen wir jetzt hoch. Ja, wir sagen Bescheid. Ihr seid oben, oder? Ja. Wir sind auf Deck 2. Wir stehen an der Treppe. Seid ihr das? Oder wir liegen da an der Treppe? Ja, ich bin das. Ich bin das. Gut, gut. Dann kommen wir jetzt. Oh ne, jetzt häng ich hier im... Was ist nicht jetzt los? Jetzt häng ich hier im Schiff fest und komm hier nicht raus. Was ist denn Ditte? Wo bist du denn? Ich bin auf Port Ulisar und wollte gerade aus meiner Superhunde wieder aussteigen. Ich steig ein. Ah ja. Ich steig auch ein, meine. Du bist immer noch vorne? Ja, ja. Ich seh es. Ich komm hier nicht raus. Hast du denn fliegen? Nee, gar nichts. Oh Gott. Keine Reaktion. Dann bring dich um und respawn neu. Wie war denn das respawn? Ich höre eine Schleuse. Steuer und Backspace, glaube ich, müsste es sein. Ja. Ich bin abgehoben. Ich würde halt gerne einfach anfangen. Okay, dann lass dich mal rein, ich komm gleich wieder raus. Dota, wo findest du dich? Weiterhin. Noch einen erschossen? Sehr schön. Ah fuck, er hat mich. Aber ich hab mal angeschossen. Fuck. Oh. Oh, und ich hab Gesellschaft. Mehr Leute? Ach so. Äh, Leute, wie weit seid ihr? Das ist hier ganz schön creepy gerade. Wir sind gerade gestartet, ja. Sind auf dem Weg zu dir. Byntek. Jep. Du hast Freigabe für Sprung auf Security Post Karriere. Okay, ich wähle an. Ich such mir mal einen Lady Pack. Drei, zwei, eins. Und Sprung. Gut. Du bist durch. Ich seh's. Und ich springe. Drei, zwei, eins. Wir sind wieder raus. Sprung. Ich hab einen Sprung gehört, seid ihr das? Ja, ich bin schon mal drinnen. So, ja. So, ja. Ich musste gerade angekommen sein. Ja. Kannst du dir in den schwarzen Blumen rein kommen sollen? Ja, mach ich. Ich hab gerade noch einen Medipack gefunden. Der Baltic vor mir. Wir sind drin. Okay. Landing Pad drei. Ja. Drittes Level. Landing Pad drei. Okay. Geh auf Precision Mode. Okay. Ich würd sagen, wir machen einen EVA. Wir lassen die heute hier. Und steigen einfach aus im EVA. Es ist nichts in der Nähe. Es ist alles in Ordnung. Ja. Ja. Ich bleib mal hier schwebend, so. Schwebend. Okay, ich steig raus. Ich sicher nach oben. Ich auch. Ich guck mal die Plattform da unten an. Nicht da unten, wenn jetzt einer rennt. Hier raus. Okay. Und ich zieh meine Knarre. Ich hab gerade von Wolf gehört, der ist raus. Der ist, äh, das Spiel ist abgestützt. Wir haben nur noch drei Gegner. Gut. Ich steig aus. Geht los. Alles klar. Also, ich bin an der Luftschleuse jetzt. Baltic, du bist ja neben mir, ne? Ja, ja. Okay. So, ich bin die VA. Ich denke, ich geh mal nach oben. Juhu. Ich hab die Stiefel an. Ja, ich glaub, du hast deine Knöchel verstaucht. Ich glaube, ich auch gleich leider. Na ja, ich hör mal drauf. Alles super. Alles gut. Ich zieh meine Waffe. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Du siehst. Das ist natürlich ganz schlechter Support jetzt. Wo? Ergibt dich da schon, oder was ist da los? Nee, ich, für mich sieht alles normal aus. Fuss auf jeden Fall, dass ich keine Waffe hab. Nimm ihn weg. Scheiße. Er ist gruselig. Okay, lass rein. Los geht's. Schocki, die Murder-Puppe ist da. Wir schicken ihn vor. Du schiebst nicht, oder? Oh nein, ey. Ey, Leute. Er hat den Shot von der Schnauze zugemacht. Er hat den Shot von der Schnauze zugemacht. Du hast ihm den Shot von der Schnauze zugemacht. Oh Gott. So, und jetzt beruhigen wir uns mal. Er kommt. Ja, bitte beruhigen. So, wir sind zusammen. So, ich hab die linke Seite vom Shot. Ich bin hinter dir. So, das sieht so albern aus. Geh mal hinter mich. Bitte, wenn du zuerst erschossen werden willst. Wunderbar. Ich schwebe einmal wie so ein Heißluftballon hinter euch hier. Okay, Leute. Es ist creepy. Shot cycles. Okay, ich geh raus. So, wir müssen euch erstmal Waffen besorgen, ne? Ja. Ja. Ich hab nämlich weder Kimme noch Korn noch sonst irgendwas. Ich mach so Piu 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 mit meinem Daumen. Super. Okay, Leute. Jetzt noch ein bisschen Fokus. Okay. Gang ist frei. Fokus. Alles klar. Ich hab die Treppe im Blick. Ich geh nach rechts. Okay. Okay. Ich gucke mal, was kann das Ganze. Rechts abgesichert. Vorsicht. Kontakt. Kontakt. Unten. An der Treppe. Treppe oder was? Ja. Ist die Treppe wieder runter gegangen? Oh je. Wir sollten einen anderen Weg wählen. Ja. Oben rechts lang? Ja. Oben rechts lang. Ich behalte. Ihr könnt hinter mir durchgehen. Ich bin schon da. Ich bin schon hinten. Ich bewege mich so still ich kann. Okay, ich bieg nach links. Ich bieg nach links ab. Ja, wir machen diesen Ausweichweg oben rum. Ja, ich decke hier gerade. Hinter mir weiter geht's. Ich bin direkt hinter dir. Ja. Back. Ich kann allerdings nicht so richtig gut zielen, weil ich wie gesagt die Kimme keinen Korn gar nichts hab. Ähm. Okay, Sawyer, ich zieh mich zurück, ja? Ja, ich auch. Ich luke um die Ecke. Okay, ich schließe mal auf, Sawyer. Ja. Ich bin bei euch. Ich bin bei euch. Baltec. Ich linke Seite ist frei. Oh, jetzt hab ich hier ne Knarre. Mobiglas war die Lösung. Oh, da kommt jemand. Da ist jemand gestorben. Die rennen jetzt gerade zu 7. Ja. Ja, ich hab ihn auch gesehen. Kommt, Leute. Jetzt schnell seid. Ich hab Schott. Weg. Hinter euch. Fuck. Hat mich erwischt. Er hat mich auch erwischt. Oh, das kann nicht wahr sein. Und er rennt weg zum Schott. Äh, Dawser, du stehst hier immer noch. Bei mir. Oh, ja. Sawyer, komm zurück. Das mag so aussehen, das ist es aber nicht. Ich hab mich schwer getroffen, aber ich lebe noch. Ich bin tot. Mein Spiel ist ab. Oh nein. Echt jetzt? Jetzt steh ich hier wieder alleine? Ja. Jetzt bist du wieder alleine. Es hängt alles an dir. Es ist alles jetzt deine Chance. Oh, klar. Dein Augenblick. Ich bin auch noch schwer verhundert, aber ich hab noch ein Mädchen. Ja, los, Sawyer. Geronimo. Ran. Oh Gott. Leute, ihr habt Nerven. Ich treff halt nix. Hab ich auch vorher gesagt. Ich war ein wenig gehandicapt, würde ich sagen. Ich hab mit dem Laser auf ihn geschossen. Drei, viermal, immer vorbei. Du, ich hab mir auch auf den Kopf geschossen. Hat nichts geholfen. Okay, Shot ist frei. Oh Gott. Soll ich jetzt hier die... Oh, ich stürm das jetzt, oder was? Ja, stürmen. Stürmen halt. Ich sehe nichts hier gerade. Bist doch ein großer. Habt ihr irgendwen erschossen, oder gar nichts? Nö, nur gestreift, glaub ich. Hier ist auf jeden Fall verletzt, aber trug war halt nicht. War jetzt keine Glanzleistung, sagen wir es mal so. Dein war es nicht, nein. Aber ich glaub, ich hab ihn getroffen. Ich hab ihn auch getroffen. Ich hab ihn auch getroffen, aber er hat besser getroffen. Toll, erzähl mal, was ist denn bei dir jetzt? Ähm, ja, also ich laufe jetzt hier auf Level 2 rum. Das ist diese blöde Galerie. Und, ähm, werd mich jetzt nochmal auf Level 1 runterkämpfen. Ich hab nämlich auch nicht mehr so wirklich viel Munition leider. Ich werd jetzt heimlich einfach mal nochmal hinfliegen. Hahaha. Eigentlich haben wir keinen Respawn mehr, ne? Nein. Aber ich kann ja... Wir sind quasi, äh, unparteiische Beobachter. Genau. Unparteiische Luftstützung geben. Genau. Mit unparteiischen Massebeschleunigern. Genau. Oh, oh, oh. Irgendwer hat mich gerammt. Oh, oh. Ich seh's. Oh. Ne Aurora hat mich gerammt. Oh. Oh mein Gott. Aber das war jetzt wirklich überhaupt nicht notwendig. Oh mein Gott. Was ist hier los? Oh Gott. Mein Spiel ist eingefroren leider. Freunde. Ich seh einen. Meins ist mutterweich. Ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat. Nadine, ab! Naja, jetzt hat er mich erwischt. Okay, okay. Er hat mich erwischt. Alles klar. Gut, ja. Wunderbarer Zeitpunkt, um das jetzt hier zu beenden. Soja, mach du noch den Schluss. Ja, natürlich. Also Leute, ich hoffe, es war so spannend. Ich hoffe, es war so spannend für euch, wie es für uns war. Es war auf jeden Fall eine creepy Erfahrung, die ganze Zeit da. Und ja, vielen Dank für die Unterstützung, Jungs. Egal. Anyway, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren, wenn's euch auch gefallen hat. Und auf jeden Fall Kommentare zu hinterlassen, uns zu liken, uns zu disliken und zu schreiben, wie ihr es fandet und was ihr besser haben wollt. Und wenn ihr uns ganz besonders unterstützen wollt, dann geht auf unser Patreon-Profil und schaut euch da mal um. Vielleicht entdeckt ihr da was, was euch gefällt. In diesem Sinne würde ich sagen, Jungs, wir verabschieden uns jetzt hier mal alle vier. Und zwar mit einem gemeinsamen 3, 2, 1 und... See you on the deck! Und dann üben wir das nochmal. Ich würde sagen, ja. Bis zum nächsten Mal! Ja. Ja.